Untertitelung im Auftrag des ZDF Wir haben ihn damals nicht gemobbt, das hat es ja damals noch nicht gegeben. Wir haben ihn einfach fertig gemacht. Ich sage es aber oft auch selber schuld geworden. Ich stelle mich auch nicht in Pause ein und schreie miteinander Ich habe eine Fischeiweißallergie, ich habe eine Fischeiweißallergie. Die Frau, die wollte mir wissen, ob das stimmt. Ein Grazbaum für einen Haufen Geld, hast du ihr in das Eck reingestellt. Doch die Krallen schärft es eh, lieber an deiner Ledersitzgruppe. Als Entschädigung bringt sie dir einen halben Rats. Die gesuchte Mieze nennt Panneine. Und das ist immer so, wenn ich mehr als Cannabier lieg, dann kommt sofort der Benedikt kommt zu mir, der Kodra, und legt sich bei mir auf die Wandmaffe. Weil das ist nämlich die weichste Stelle in der Wohnung. Man sagt doch nicht zu seinem Geschäftsstellenführer ein anderes Wort für Selbstberührer. Ich glaube, ab Montag hast du frei, ich trink nie wieder ein Mai Tai. Und dann habe ich mich ein bisschen bedient, am Beethoven sein Repertoire, weil das ist ja gemafrei. Und ich habe aber schon zwei Töne gestohlen. Das ist noch von Beethoven, jetzt kommt noch meins. Also könnt ihr selber entscheiden, wer da der bessere Komponist ist, gell? Weil ich die schönsten Platzer kenn, bin ich auch schon in Eicherdorf gwen. Und ich habe auch schon in Eicherdorf gesehen.